Wir wissen, dass Sie sehr beschäftigt sind und wir versuchen, es so kurz wie möglich zu machen. So, nun erklären Sie uns bitte, was geschehen ist. Der Kerl stand hier. Er wollte an sein Gewehr. Bang! Wir haben ihn erschossen. Und wo genau waren die Kinder? Keine Ahnung! Die sollten in der Schule sein, finden Sie nicht? Aber Sie haben ausgesagt, dass Sie die Wohnung als Erster betraten. Waren da keine Kinder? Die Tür war aufgebrochen. Haben Sie sich an die Vorschriften gehalten? Ich habe hier einen guten Mann verloren. Verdammte Scheiße, was wollen Sie von mir? Kooperation. Ich habe keine Zeit mehr für diesen Mickey Mouse Bullshit! Sie wollen Kooperation? Dann kommen Sie in mein Büro. Zimmer 4602. Kinder, Sie sollten in der Schule sein. Hey! Das ist Mind Crypt! Los, gehen Sie zurück! � muchas! Irgendwannstag! Woooooooo! Wooooow! Wooooow! Woooow! Wooooow! 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 Vielen Dank.